Eine neuwertige 5-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Wohnung wurde 1900 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie eine Einbauküche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei einer Wohnfläche von ca. 183 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 3410 €. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Zuhause Zuhause Nach Wohls Na Lats Vielen Dank.